Fantastisch! So, ich habe da schon etwas vorbereitet. Ähm, die Patch-Notes, die werde ich euch auch natürlich noch einblenden, was alles neu ist und so weiter und so fort. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, das Video zu machen, aber ich habe es jetzt gefunden bei JackFrostMiner. Verlinke ich euch auch mal, glaube ich, der größte Minecraft Pocket Edition Channel, den ich jetzt hier gefunden habe. Und ich habe schon etwas vorbereitet. Ich habe das Nether-Portal fertig gemacht. Ähm, ja, was ist alles neu in Minecraft? Ich bin immer noch... Oh, ich bin immer noch im falschen Modus. Ich bin immer noch im falschen Modus, da muss ich mal eben zurückgehen. Spielen! So, jetzt muss ich die Welt aber mal eben kurz auf Überleben stellen. Zack! Das ist nämlich ganz wichtig. Äh, nein, sind meine Sachen weg! Nein, sind meine Sachen weg! Okay, wir wollen das jetzt mal ganz langsam durchgehen und mal gucken, was ist alles neu, was hat sich getan? Wir wollen auch gleich in den Nether gehen. Was sehen wir schon zuerst? Was fällt uns auf? Uns fällt auf. Auf der linken unteren Seite, in der Mitte, ist der Sneak-Button. Das ist doch schon mal sehr geil! Wenn du PvP machst oder so, Doppelklick drauf und du sneakst! Sehr schön! Aber das werden so viele geile Videos noch kommen, Leute. Es werden so viele geile Minecraft Pocket Edition Videos noch kommen. Ich nehme übrigens gerade am Handy auf, deswegen gibt es leider keinen Ingame-Sound gerade, weil ich jetzt wirklich mir das am Handy runtergeladen habe. So! Dann! Rechte Seite ist der Sprungknopf, der war ja früher in der Mitte von dem Steuerkreuz. Was sehen wir noch? Auf der linken oberen Seite sehen wir die Herzen und auf der rechten Seite sehen wir den Hunger. Es gibt endlich Hunger in Minecraft. Pocket Edition, das ist doch auch schon mal sehr geil. Was ist noch neu? Über der Inventarleiste, die wir hier sehen, sehen wir noch eine Experience-Leiste. Das heißt, wir können leveln, wir können verzaubern. Also richtig, richtig, richtig übel. Das Update wird richtig, das Update wird richtig übel werden. Und ja, Inventar und so weiter hat sich jetzt nicht besonders viel getan. Allerdings das Crafting-Menü scheint sich ein bisschen verändert zu haben. Hier ist noch mein, also das ist wie gesagt ja mein, mein Skin. Hier kann ich meine Rüstung anlegen, hier habe ich meine, ja, hier könnte ich Blöcke herstellen. Wir wollen das aber mal eben testen. Bevor wir in den Nether gehen, ich möchte den Nether natürlich unbedingt noch sehen. Wir gehen gleich auch noch kurz in den Creative-Modus, da sehen wir dann alle Neuerungen noch und so weiter. Wie gesagt, die Patch-Notes verlinke ich euch und blende ich euch aber auch noch mal ein zwischendurch. Würde ich mal sagen, ist am besten. Also Release offiziell scheint wohl im August zu sein, so wie ich das gesehen habe im Minecraft Pocket Edition Wiki. Und da wollen wir mal sehen. So, jetzt baue ich hier mal eben schon was ab. Es gibt wie gesagt viele Neuerungen. Es gibt wirklich viele, viele Neuerungen. Ähm, es nähert sich so ein bisschen der anderen Welt an. Wir haben verschiedene Schwierigkeitsstufen. Äh, friedlich, normal, also friedlich, einfach, normal und hart. Und wir wollen mal gucken, so. Ah, das ist ja geil. Ich kann jetzt hier endlich mal schon mal craften. Das hat sich, im Grunde hat sich jetzt hier nicht viel getan im Crafting-Menü, muss man sagen. So, zack, jetzt haben wir eine Werkbank gebaut. Jetzt können wir die da hinsetzen. Jetzt kann ich hier zum Beispiel noch, oh, jetzt habe ich da was hingesetzt. Jetzt können wir da was abbauen und so weiter. Jetzt können wir uns ein Schwert machen. Warte mal, wir bauen uns erstmal. Wir bauen uns erstmal eben noch ganz schnell ein Schwert für den Nether. Und dann gehen wir mal da rein und dann gucken wir mal, was sich da so getan hat. So, jetzt kann ich mir nämlich schon ein Holzschwert bauen. Und ich bin gespannt. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt tatsächlich den Nether betrete in der Minecraft Pocket Edition. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Und warte mal, wir erlegen vorher noch eben das Schaf. Das müsste doch eigentlich Fleisch geben. In der Minecraft 1.8 gibt es Fleisch. Äh, mal gucken. Ah, okay. Es gibt erstmal nur Wolle. So wie ich das gesehen habe. Und wir haben ja die erste Erfahrung gesammelt. Wir haben die erste Erfahrung gesammelt. Das ist auch geil, dass man das mal sieht. Wir sehen es unten. Der Balken hat sich leicht gefüllt. Und wir haben jetzt ein bisschen an Erfahrung gemacht. Und jetzt... Jetzt der große Moment. Wir gehen in den Nether. Jawoll. Ah, das ist doch geil. Weltwider schaffen. Okay. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist geil. Das ist mal richtig geil. Es sieht aus wie in der PC-Version. Es läuft flüssig bei mir. Ich hab da, wie gesagt, ich hab das OnePlus One. Liegt technisch ungefähr, würde ich mal schätzen, auf der Stufe des Galaxy S5 und des M8. Von HTC. Und ja. Das ist richtig... Das ist richtig geil. Lava. Sehen wir hier. Die Lava sieht richtig geil aus. Vielleicht kann ich noch was an den... An den Sachen hier machen. Also wie gesagt, Schwierigkeitsgrad sehen wir. Lautstärke. Könnte ich jetzt anmachen. Aber wie gesagt, hör ich da nur über meine Boxen hier vom Handy. Geteilte Steuerung könnten wir anmachen. Swap. Jump and Sneak. Ähm. Das scheint wohl dann... Ja genau. Dann kannst du's vertauschen. Dann ist wieder die alte Steuerung. Wie wir das gewohnt sind, können wir noch ändern. Optionen will ich jetzt einfach mal nicht anmachen. Steuerkreuzgröße. Automatische Springen können wir anmachen. Block zerstören. Vibration. Helligkeit. Können wir noch richtig... Oh, wir können's noch richtig hell machen. Gehbewegung. Eine raffinierte Grafik. Schöner Himmel. Animiertes Wasser. Hab ich mal alles angemacht. Aber wie gesagt, ich möcht's mal etwas... etwas dunkler wieder machen. Es darf natürlich auch nicht zu dunkel sein für euch. Ja. Dann bin ich mal gespannt. Werden wir dann in den nächsten Folgen sehen, was uns hier im Nether noch so erwartet. Ah, das sind schon... Da sind doch schon die Pikmen. Da sind die Pikmen schon, wie sie rumlaufen. Gars werden wir auch sehen. Da oben sehen wir Glowstone und so weiter. Nether Quartz für Level natürlich auch immer ganz geil. Ja. Und so weiter und so fort. Richtig, richtig cool. Und ich würd sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich mal... Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal raus. Gehen dann mal noch in den Creative-Modus und gucken mal noch, was sich so getan hat. Es gibt ja echt richtig... Es gibt ja richtig, richtig viele coole Sachen. Ähm, ich hab aber auch schon eine Idee. Ich hab schon eine Idee, wie wir das mal richtig gescheit testen können. Es laggt auch nichts. Es hat sich nicht aufgehangen. Gar nichts. Das ist schon mal cool. So, zurück zum Titelbildschirm. Spielen. Wir machen die Welt mal eben in den Creative-Modus. Immer Tag machen wir einfach mal an. Äh, monstermäßig hat sich da was verändert. Ich kann ja mal eben gucken. Äh... Bom, 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 bom. Items... Blocks... Generated Mobs... Ocelot gibt es. Ja. Iron Golem, Snow Golem. Blaze ist natürlich Garst's Zombie-Villager. Okay. Das sieht doch schon mal sehr schön aus. Ach, ist das schön. Ja, eure Meinung dazu würde mich natürlich auch mal interessieren. Ach, jetzt hab ich... Ich hab das... Hab ich denn nicht in Creative-Modus? Ah doch, ich hab's in Creative-Modus gemacht. Schön. So, es hat nur leider nicht... Äh... Warte mal. Ich hab ne Idee, wie wir das auch gescheit hinkriegen. Dass wir das auch behalten dürfen. Ich hab nämlich eben... Quasi nichts behalten dürfen. Kriegen wir ne... Kriegen wir ne Doppelkiste hin? Okay, die darf ich da nicht hinsetzen. Warte mal. Eine Doppelkiste. Sehr gut. Und da packen wir jetzt nämlich gleich mal schon mal ein paar Sachen rein. Die wir brauchen. Und dann kann ich euch nämlich schon mal ein paar Neuerungen zeigen. Ich würde nämlich auch ganz gerne euch... Zeigen, wie sich das gestaltet mit den Leveln. Wie das dann aussieht. Wir sehen das nämlich... Wo haben wir das denn gehabt? Äh... Hier. Hier sehen wir doch die ganzen Fläschchen. Also Glasflasche. Ähm... Trank der Unsichtbarkeit. Das ist ja richtig geil. Trank der Unsichtbarkeit. Das werden wir gleich alles mal ausprobieren. Ich kann die grad nicht öffnen. Ah, okay. Ich kann die nicht öffnen. Aber wir werden es mal gleich sehen. Kann ich die ablegen? Ich kann die nur trinken. Warte mal. Wenn ich die jetzt... Wenn ich die jetzt trinke, bin ich dann unsichtbar? Warte mal. Ah, okay. Da oben sehen wir es jetzt. Oben rechts sehen wir jetzt den Effekt. Okay. Oben rechts sehen wir jetzt den Effekt. Ich bin jetzt unsichtbar. Und wir sehen es auch an den Bläschen. Und wir können das jetzt ja mal einstellen. Third Person. Ich bin unsichtbar. Ich kann hier rumlaufen. Und ich bin nicht zu sehen. Oh Gott. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ja. Da sehen wir es jetzt auch nochmal. Wenn man da oben drauf klickt. Noch 2 Minuten 37. Und wir werden jetzt einfach mal dann... Mal eben die ganzen Sachen durchgehen. Mal eben ein paar Neuerungen noch durchgehen. Und wie gesagt. Es werden noch 1, 2, 3 Videos kommen. Was ist also... Verzaubern kann man. Es gibt demnach auch goldene Äpfel. Es gibt Spinnenaugen. Gasträne. Fermentiertes Spinnenauge. Nee. Fermentiertes. Fermentiertes Spinnenauge. Blaze Rods. Golden Nuggets. Und so weiter und so fort. Äh. Sehen wir natürlich jetzt hier auch schon so ein paar Sachen. Vor allem hier. Äh. Fisch gibt es glaube ich jetzt nur hier. Den OP Apfel. Äh. Glistering Melons. Natürlich alle Sachen. Die man halt so braucht. Zum Verzaubern. Wie gesagt. Verschiedene Tränke. Die wir dann auch sehen. Wo ist denn hier zum Beispiel? Dieser hier. Drang der Heilung. Und so weiter. Und ja. Es ist eigentlich schon ganz cool. Ich will jetzt aber auch nicht allzu lange hier drüber reden. Weil ich wie gesagt die Patch schon sowieso einblenden werde. Und ja. Es ist echt schon. Es ist echt schon richtig cool. Und wenn es euch. Wenn euch das kleine Video gefallen hat hierzu. Dann lasst mal auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich lauf jetzt hier noch ein bisschen. Ein bisschen unsichtbar in der Welt rum. Sieht schon echt cool aus. Das muss ich sagen. Es läuft. Es läuft sehr flüssig. Es läuft super. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Ich bin mal gespannt wie sich. Ob man es vielleicht gescheit mit dem Controller spielen kann. Das ist dann natürlich auch nicht die Frage. Hui. Und ja. Dann würde ich sagen Leute. Wenn es euch wirklich gefallen hat. Erstmal einen Daumen nach oben da. Für mehr Minecraft Pocket Edition Videos. Die dann vielleicht noch kommen werden. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Und wie ihr es euch laden könnt. Ihr müsst euch in der Google Plus Community von Minecraft Pocket Edition anmelden. und dann könnt ihr Beta Tester werden. Verlinke ich euch hier drunter. Machts gut. Bis demnächst. Tschüüüü.